Hallo liebe Sondler und Sondlerinnen, heute befinden wir uns im schönen Steigerwald auf einem Spielplatz und ich war sehr überrascht über mein Fund. Es sah wie ein Knopf aus, ich dachte es ist nur versilbert, aber Überraschung, es ist ein Knopf aus einer Münze, 15 Kreuzer Max Emanuel von Bayern, 1715. Tolle Fund! Ich wünsche allen ein neues und hauptsächlich gesundes neues Jahr. Tolle Funde und man sieht sich! Tschüss!